Alex Mayer von Remax Immobilien in Konstanz. Also wir kümmern uns um die Stadt, um die schönen grünen Inseln in der Stadt. Ja, um den mähenden Rasen, pflückende Blumen und kümmern uns um das gute Erscheinungsbild von Konstanz. Ja, als weltweit größter Immobiliendienstleister, laden wir natürlich auch die Leute ein. Laden die Leute auch ein, hier bei uns mitzumachen. Das wäre große Klasse. Bis demnächst, Alex Mayer, Remax, Konstanz. Ciao.